Die neuen Freaky Frühling Aufträge sind da und wie man sieht gibt es hier jede Menge Gratis Belohnungen. Unter anderem gibt es hier auch die Aufgabe Besuche Kirschblütenbaum ansichten und die werde ich jetzt mal ganz schnell zeigen, denn damit gibt es hier direkt dieses Rückenaccessory umsonst. Hier zu der Aufgabe Sammler gelegte Eier gibt es auch schon ein Video und zu den restlichen Aufgaben werden auch nochmal Videos kommen. Auf der Karte hier sieht man schon die ganzen Orte markiert, wo man hingehen kann, ich würde sagen. Wir springen direkt einmal raus und gehen hier unten nach Puthal und danach gehen wir hier unten nach Slapium und versuchen noch Amvis Square mitzunehmen. Hier im Ort sieht man auch schon, ist hier auf jeden Fall dieser Kirschblütenbaum. Und hier müssen wir einfach ganz kurz einmal landen und uns so gesehen den Baum einfach nur anschauen und dann wird das Ganze auch jetzt schon zählen. 1 und 3 hat gezählt und jetzt würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und gehen vielleicht sogar direkt nach Amvis Square und danach nach Slappy. Ich denke mal, das sollten wir schaffen. Kann man alles auch in der Gruppenkeile machen und ich baue mich jetzt einfach mal hier hoch und mache den Gleiter auf und fliegt dort drüben hin. So, die Zone kommt aber kein Problem, einfach hochbauen und rüberfliegen und hier oben sehen wir schon Amvis Square und wahrscheinlich wird dann genau an der Stelle hier, wo das Ganze markiert ist, auch ein Baum stehen, den wir dann ebenfalls besuchen können, wird dann hier mitten im Ort sein. Hier sehen wir den großen Baum, das ist hier ein Kirschblütenbaum, einmal kurz hier landen, hat auch schon gezählt. Jetzt würde ich sagen, warte ich kurz mal, bis ich hier sterbe und jetzt fliege ich hier direkt nach Slappy und damit hätte ich den Auftrag schon fertig. Also geht am besten auch in die Gruppenkeile, guckt mal, wo die Zone bei euch ist und versucht dann auch drei Stück mitzukriegen. Denn wie man sieht, das kriegt man in einer Runde hin. Da vorne ist auch hier wieder so ein Kirschblütenbaum, diesmal halt wie gesagt bei Slappy, da würde ich sagen, remme kurz hin und dann haben wir auch schon den Auftrag fertig und somit gleich die erste Gratis-Belohnung. So und dritten Ort besucht. Da sehen wir auch schon, haben wir jetzt das Rücken-Accessoire bekommen. Wirklich easy und das war jetzt einer der täglichen Aufträge. Davon wird es jetzt jeden Tag einen neuen Auftrag geben und dann gibt es auch immer wieder hier Belohnungen. Wirklich nice. Schaut wie gesagt auch gerne noch das Video hier zu den Eiern an oder ansonsten werden auch weitere Videos folgen und das war es auch schon. Bis zum nächsten Mal.